Lars, was geht? Du sagst, ich lasse mich von hinten nehmen Du meinst, ich wär ein Huren-Solo, meinst, dass ich kein Gegner bin Ist ja lustig, solange mir das so ein Penner sagt Er aussieht, dass er dir im Leben nur mit seiner Hand geknallt Du bist Nibolos und du disst damit noch meine Mutter Aber pass mal auf, deine Mutter holt mir einen Junter Und du redest irgendwas vom Ficken in deinen Tracks Kumpelweise ist so ein Fick, doch mal in echt, Digga Boah, Runde 1 vs. Ratter-MC, du bist kein Ratter-MC Digga, du bist gay und freak Sag mal bitte, was hast du da für den Schwung? Bietgepickt, ey, ich wollt nen guten Gegner, aber du, du bist es nicht Ich, ich hab im Internet nach deinen Namen gesucht Was für ein peinlicher Versuch, du bist echt zum Scheitern verflucht Außer Disais hab ich wirklich nicht viel Infos gefunden Ja, okay, du heißt Lars und hast die Pitchmuster Geh dir nicht von Technik, denn das kannst du echt nicht Ich weiß Bescheid, weil du ein Fan bist, ein Stamper, du Faggot Du bist ein Fan, also rede nicht vom Brief, ey Denn du weißt genau, der gewinnt dicker Defense Also stalk lieber weiter im Netz Meinen Facebook-Account, denn du likst meine Tracks Aber beat nicht, die kommt und kick dich raus Für'm Battle reichen leider deine Skills nicht aus, Lars Ich hab dir das Gefühl, dass du kannst du dich nicht aus, lass dich dich rauskürst Und du kannst du dich mal auf, lass dich rauskürst Untertitelung des ZDF, 2020